Hallo, ein Video zum Thema ASCII, ANSI und Codepage. Wir fangen mal vorne an. In ASCII hat ein Zeichen 7 Bit. Das heißt, in ASCII werden die Zahlen von 0 bis 127 bestimmten Buchstaben zugeordnet. Zum Beispiel das A der 65. Und irgendwann hat man dann gedacht, Moment mal, ein Byte hat doch 8 Bit. Und das ist ja komisch. Das sind die Zahlen von 128 bis 255. Das ist ja nicht komisch, das ist ja eigentlich blöd. Wir verschwenden ja quasi die Hälfte unserer Zeichen. 128 Zeichen benutzen wir zwar, aber die anderen nicht. Ich kann das mal aufzeichnen hier so. Das sind alle möglichen Zeichen und Zahlen von 0 bis 255 so. Und die hier oben, das sind die ASCII-Zeichen und die hier unten, ja, die waren nicht definiert. Das heißt ja, dann kann man das ja definieren. Und dann hat IBM, glaube ich, gesagt, wir definieren das einfach so als Pipes, damit wir dann so Fenster malen können in der Konsole. Und dann haben sich aber, und natürlich noch viel, viel mehr Zeichen. Und dann haben sich aber zum Beispiel die Griechen gedacht, naja, der Kram hier, der interessiert uns ja überhaupt nicht. Was wir eigentlich mehr brauchen, ist sowas wie ein Zeichen wie Alpha, Beta und Gamma und Delta und bla 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 bla. Und die Russen haben sich dann gedacht, naja, wir brauchen, wir brauchen aber was ganz anderes. Und keine Ahnung, die anderen haben sich dann gedacht, ja, wir brauchen auch noch was ganz anderes. Und dann haben sich die Russen nochmal gedacht, aber übrigens, wir brauchen, wir brauchen eigentlich zwei verschiedene Dinger. Ja, so, das gab dann erstmal Chaos. Das Problem war nämlich, jetzt hat ein Griechen ein Dokument verfasst mit Alpha, Beta, Gamma drinne und schickt das dann nach IBM und da werden dann hier so komisch Pipes angezeigt. Die haben natürlich keine Ahnung, was da Thema ist. So, man konnte also keine Dokumente mehr austauschen. Und dann haben sie gedacht, okay, jetzt müssen wir was Neues machen. Jetzt füllen wir den ANSI-Standard ein. So, und der ANSI-Standard, der macht eigentlich gar nichts Neues, der definiert nur was. Und zwar sagt er erstmal hier, okay, Achtung, die ersten 128 Zeichen, die sind einfach fix. Da kann man jetzt nichts mehr ändern, die sind für immer so. Und die anderen, naja, die kann man quasi frei wählen, aber Achtung, wir müssen das irgendwie identifizieren können. Wir müssen sagen, okay, pass auf, wir nehmen dieses Ding hier, wir nehmen den Zeichensatz von IBM und sagen, okay, der bekommt jetzt die Zahl Nummer 3. Okay, den Wert selbst, der ist ausgedacht, aber die Idee stimmt. Und dann haben sie gesagt, okay, und die Griechen, pass auf, die Griechen, die bekommen mit das, was sie sich ausgedacht haben hier für diese Zahlen, die bekommen die Zahl Nummer 4. Und die Russen, die bekommen die Zahl Nummer 5. Und wer auch immer das hier nochmal war, bekommt die Zahl Nummer 6. Und der hier bekommt die Zahl Nummer 7, auch die Russen nochmal. Das heißt, es hat sich an sich erstmal nichts geändert, aber wir können jetzt, wir haben jetzt Zahlen für die Dinger. Das heißt, wenn jetzt die Griechen IBM was schickt, dann sagen die Griechen einfach, ach, ach, Achtung, Achtung, ihr könnt jetzt nicht euer Dings Nummer 3 nehmen, sondern ihr müsst jetzt unser Dings Nummer 4 nehmen. Und unser Dings ist einfach diese CodePage. CodePage ist einfach nur ein cooles Wort für dieses Ding. Also konkret, CodePage ist ein cooles Wort für, lasst mich kurz die Farbe wechseln, so hier, CodePage ist ein cooles Wort dafür, wie diese Zahlen hier oben definiert sind, als welche Zeichen sie definiert sind. Das heißt, zum Beispiel, das hier wäre dann CodePage 3 oder CodePage 4, CodePage 5, CodePage 6, 7. Es gibt verschiedene, ziemlich viele CodePages. Und das ist, was der Ansichtstandard sagt. Und das ist dann soweit so gut für dieses Video erstmal, aber um schon mal aufs nächste hinzuweisen. Jetzt haben sich die Leute natürlich gedacht, das ist ein bisschen komisch, nicht ein bisschen komisch, sondern ein bisschen blöd hier mit den CodePages. Das war sowieso alles ein bisschen problematisch. Wir brauchen eigentlich was, ein Ding, was alle Zeichen auf dem Planeten darstellen kann. So, und dann kam Unicode ins Spiel. Und was das macht, das könnt ihr euch angucken mit dem Link in der Videobeschreibung.